Hallo und willkommen, ich bin MK3 und wie ihr seht, ist es natürlich noch mal Zeit für Warframe und heute gucken wir uns mal an, was die letzten Hotfixe so alles gebracht uns haben und bevor wir es aber tun, sollten wir vielleicht noch ein paar andere Sachen vielleicht mal kurz, mal kurz anschneiden. Nämlich, zum einen hatte ich ja in dem letzten Video noch angedeutet, dass ja Koran Rework kriegen sollte und dass wir über die Woche verteilt mit Hotfixen schon Updates zu ihr kriegen sollten. Wir werden gleich sehen, dass es nicht wirklich passiert, außer so ein paar Kleinigkeiten, aber okay. Falls einer wissen will, was mit Koran passieren sollte, ich habe es unten nochmal extra verlinkt und auch mal den Beitrag nochmal gerade, wo ich ein Video drauf eingegangen bin, aber das kommt jetzt, wahrscheinlich auch gerade beim Devstream heute Abend, der wieder kommt, werden wir ein bisschen mehr Details zu Korans Rework mal kriegen, weil da war ja noch ein Punkt gerade bei der letzten Fähigkeit, wo stand, ja wir überlegen noch. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was da noch hin soll. Und zum anderen möchte ich mal anschneiden, momentan, was wir ja neu gekriegt haben im Spiel, nämlich diesen Sanctuary Onslaught. Die Idee, dass wir jetzt da reinmarschieren und dann Welle über Welle über Welle einfach oder über Zone über Zone über Zone Gegnergruppen einfach wegklatschen und hoffen dabei, schnell genug dabei zu sein, damit wir eben nicht rausfliegen. Da hat sich auch ein bisschen was geändert, werden wir auch gleich den Hotfix noch sehen, nur gerade im Zusammenhang dessen will ich mir noch eine Sache noch ansprechen. Am Anfang, wo ich ja das Video auch gemacht habe mit meinem Erfahrungsbericht, das war dann nicht unbedingt perfekt, vor allem mit den ganzen Crashes dabei, aber sei es mal wie es will. Danach hat DEA abgeändert mal plötzlich so einen kompletten Overhaul gestartet, eben mit diesem Onslaught-Modus. Also ich habe ja nur Elite gespielt, wie gesagt, aber bei Elite war es wirklich dann auf einmal so, hoppala, was sind auf einmal hier für Grineers in der ersten Runde, das sind die Arbeiter gewesen mit super viel Rüstung und relativ viel Lebenspunkt und ich so, wow, sogar meine Atarax kriegt die nicht gewonshottet, zumindest nicht unbedingt beim allerersten Schlag. Und ich so, wow, das ist aber seltsam. Und da werden wir auch gleich was rausfinden, warum das jetzt der Fall gewesen ist. Denn danach wurde ja der Sanctuary-Modus, zumindest der Elite-Modus, den ich ja nur immer spiele, nochmal umgebaut. Und das ist momentan immer noch das, was wir im Spiel haben. Und der funktioniert auch scheinbar ein bisschen. Der ist so ein Mischmasch, also der hat so Anleihen von dem, wie es am Anfang gewesen ist und hat danach noch ein bisschen was gekriegt. Und bevor ich jetzt mit Hotfix aber wirklich anfange, natürlich ist von DE jetzt diese ganze Idee mit diesem Sanctuary-On-Slot der erste Versuch, mal wirklich das Endgame im Spiel zu produzieren. Der eine oder andere wird jetzt sagen, wie kann das sein, dass das jetzt Endgame ist? Naja, für die allermeisten Spieler, die jetzt auf Elite da reinmarschieren, nicht auf normal, auf Elite reinmarschieren und jetzt wirklich versuchen mal, ich sag jetzt mal eine Zahl, eine Stunde oder zwei da drin zu bleiben, und wir werden feststellen, oh, das wird sehr schwierig. Zumindest im normalen, wenn man jetzt mit Randoms vor allem da reingeht, wird das sehr knapp werden. Ähm, wahrscheinlich ist es sogar nahezu unmöglich. Aber der Punkt ist, endlich haben wir mal was mit dem Spiel, wo man sich in einer gewissen Weise ein Stück weit die Zähne ausbeißen dran kann. Nicht unbedingt, dass die Mission unschaffbar wird, weil selbst wenn wir ja es quasi am Ende von der Mission eben nicht schaffen, wir haben auch keinerlei, äh, ich sag jetzt mal, es hält uns nichts zurück, dass wir wirklich alles versuchen, um weiter und weiter und weiter zu kommen dort. Sagt immer doch, Teufel komm raus, Hauptsache man kommt irgendwie noch weiter, denn selbst wenn man eben es nicht schaffen sollte und die Prozentzahl, ja, die Efficiency-Zugung auf Null sägen, können wir ja trotzdem mit unserem ganzen Loot rausgehen, was mal eine coole Sache ist. Ich bin mal gespannt, ob noch die E andere Ideen hat mit was, was sie sich jetzt womöglich als Endgame ja auch vorstellen. Aber das ist zumindest schon mal ein interessanter Anfang, sagen wir mal so. Zumindest ist das sehr viel mehr Endgame als Sorties, weil Sorties ist ein bisschen lieb. Wobei Raids tut das ja auch nicht austauschen unbedingt. Aber es ist zumindest trotzdem mal interessant, da kann man so richtig mal so ein Gear-Check machen, das sind für mich die Missionen. Da kann man mal sehen, wie andere entweder wie gut sie spielen oder wie gut sie mit Mods und ihrem Equipment hantiert haben bis jetzt, weil man sieht da einen Unterschied von Leuten, die das überhaupt nicht auf die Reihe kriegen. Aber wie dem auch gerade sei. Also das war jetzt eine Sache, die ich jetzt mir auch mal, ich wollte eigentlich die ganze Zeit zwischendurch ein Video machen, aber jedes Mal kam ein Hotfix mit mir dazwischen und ich so, wow, jetzt ist ja schon wieder alles anders. Und da habe ich gesagt, wir warten mal erstmal ein bisschen und wahrscheinlich mache ich bald nochmal ein Video dazu. Ich will jetzt erstmal hoffen, dass jetzt DE mal bleibt mit dem Modus, wie er jetzt ist. Und naja, aber trotzdem sind immer wieder noch andere Fehler aufgetaucht. Da sind fixen zwar zwischendurch immer wieder Fehler und dann sind dafür dann andere ins Spiel gekommen. Ich habe gesagt, wow, das war vorher nicht so. Zum Beispiel eine Sache, die mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ihr es schon gemerkt habt, aber wenn wir jetzt mit Sensenwaffen rumlaufen oder mit, was habe ich da benutzt, was war auch, wo ich dachte, was ist da denn hier auf einmal? Sensenwaffen auf jeden Fall und noch was anderes. Ich habe bei manchen Nahkampfwaffen, habe ich jetzt den Eindruck, normalerweise sieht es ja so aus, wenn wir mit einer Schusswaffe rumlaufen und dann schlagendrücken, haben wir eine, ich sage mal, egal welche Nahkampfwaffe wir benutzen, von einer gewissen Art oder egal was für einen Stance-Mode wir drin haben, wir haben trotzdem immer die gleiche Angriffsanimation. Wir hauen eine gewisse Art und Weise, zum Beispiel bei Peitschen, völlig egal welche Peitschen, Stance-Mode ich reintue, wenn ich jetzt die Schusswaffe equipped habe, schlage ich immer so links-rechts-Links-Rechts-Schläge normalerweise. Also wenn ich die Waffe dann ziehe, also die Nahkampfwaffe, dann habe ich ja erst die Komboschläge. Und gerade bei den Sensen habe ich jetzt vor allem gemerkt, wenn ich dort rumlaufe, zum Beispiel mit Temporial, selbst wenn ich die Nahkampfwaffe nicht equipped habe, mache ich Komboschläge vom Temporial, auch wenn ich die Schusswaffe equipped habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt plötzlich beabsichtigt ist, weil bei anderen Nahkampfwaffen ist mir das nicht aufgefallen und da ist es noch wie vorher. Aber da ist es mir doch deutlich aufgefallen. Ich muss mal gucken, ob da noch immer mal was gefixt wird. Vielleicht ist es noch gar keinem aufgefallen wirklich, aber vielleicht, die fällt es den wenigsten Leuten auf, weil sie immer mit den Slider-Tags halt rumlaufen, aber mir ist es doch zwischendurch aufgefallen plötzlich. Und noch ein kleiner Punkt zu Focus, weil Focus, habe ich am Anfang gesagt, könnte man super toll sammeln. Das war bei der zweiten Fassung von dem Sanctuary-Modus nicht unbedingt gegeben und bei der dritten Version war es jetzt wieder okay, ich freie Zeichen, aber da haben sie auch ein bisschen was dran gedreht. Am besten, wir tun jetzt wirklich mal kurz noch einen Blick rüber schmeißen, wirklich wie die Hotfixer aussahen, weil dann haben wir, glaube ich, ein besseres Verständnis dafür, was jetzt wirklich genau gerade mit dem Focus da passiert. Und wisst ihr was, ganz kurz am Ende werden wir uns noch eine andere Kleinigkeit reinziehen, nämlich die Regeln, die momentan existieren für den Sanctuary-On-Slot-Modus. Ja, dann, da gibt es ein paar mittlerweile auf Wiki aufgeschlagene Regeln. Die meisten davon kennt ihr, ein paar davon lohnt es sich aber ruhig mal anzusprechen. Alles nach allem gesehen ist bestimmt nicht verkehrt und wie immer natürlich verlinke ich ja noch alles in einem Video. Gut, lass uns endlich mal losmarschieren. So, da wäre ich endlich mal rübergesprungen, eben zu dem Hotfix 2218-5. Mhm. Und als erstes sehen wir hier oben schon, dass so eine kleine Nachricht da steht, wie schon im Hotfix 2218-4 angedeutet, wollten sie an Core ja noch ein bisschen rumstricken und das werden sie auch tatsächlich schon in diesem Hotfix dort tun, nämlich da haben sie ein bisschen den Sound verändert. Naja, okay, sag ich mal, wenn... Irgendwo müsst ihr ja anfangen mit den ganzen Hotfix und den Änderungen an Cora, weil, ihr wisst ja, im letzten Video habe ich ja schon erwähnt, Cora kriegt ein Rework. Fällt mir aber gerade ein, kann das sein, dass Cora verdammt viele Reworks gekriegt hat, weil ursprünglich waren sie lange am rumdrucksen, bis Cora überhaupt steht. Dann haben sie, weil sie sich von Damage 2.5 hier trennen mussten, wieder ein Rework gemacht. Dann hat sie es rausgehauen und machen jetzt nochmal ein Rework. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Mit den Worten, das ist ein bisschen Fulfill-Reworks. Aber gut, gehen wir mal schnell weiter. Dann natürlich wieder mal Sanctuary Onslaught Changes und Fixes. Wie immer, einem extra eigenen Teil hier in der Übersicht, was finde ich schon mal gar nicht unbedingt schlecht. Und gerade die erste Änderung ist zum Beispiel schon mal, was ich schon mal gar nicht schlecht finde, nämlich, momentan sah es ja so aus, dass... Wenn ich mich vertan habe. Angenommen, wir gehen jetzt nicht durch das Conduit Tor, also dieses Portal, was eben mal auftaucht, wenn wir eine Zone eben in dem Onslaught-Modus beendet haben. Mhm, gut. Wenn wir da nicht durchgehen, kriegen wir in der Regel den Loot auch nicht. Jetzt haben wir es so geändert, sobald der erste Spieler durchgeht, kriegen alle den Loot. Finde ich eine gute Idee. Finde ich eine gute Idee. Okay, sonst könnte man nämlich sagen, ah ja, ich würde das Ding hier kriegen, geht raus. Oder lässt halt die Zeit ablaufen, geht eben nicht durch das Tor. Was auch ein bisschen fiesere, aber eine Möglichkeit ist, eben aus der Gruppe sich zu entfernen, möchte ich einfach mal gerade sagen. Wo man zum Beispiel gerade keine Zeitpunkt oder keine Lust mehr hat zu den Jungs. Man sollte vielleicht nicht der unbedingte erste Spieler sein, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber generell ist das zumindest eine Idee, ohne jetzt zu sagen, hey, ich gehe einfach so raus. Einfach nicht durchs Tor gehen. Aber jetzt würde man eben, auch sobald er erst durchgeht, eben den Loot dafür kriegen. Was vorher nicht unbedingt der Fall gewesen ist. Weil so wie ich es, wenn ich mich nicht verguckt habe, man kriegt zwar angezeigt, ey, du willst das Loot kriegen, aber wenn du ins Tor nicht gehst, kriegst du ihn nicht. Und jetzt ist es wirklich so, sobald der erste Spieler das Tor betritt, macht es bup und alle kriegen den Loot. Schön. Dann wieder natürlich Fixes of Crashes. Macht irgendwo Sinn. Fixes, 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 Fixes. Jawohl. Ja, das, was ich letztes Mal schon angedeutet habe, dass man zwischendurch alles weiß sieht. Der White Wall of Fork. Jawohl. Wo ich ja noch gesagt hatte, um das zu, nicht zu umgehen, aber zumindest, um sozusagen die weiße Wand vor sich zu entfernen, müsste man den Operator wechseln. Das soll jetzt, wenn sie Glück haben, gefixt sein. Okay, ob man das hier unbedingt gebraucht hätte, und zwar die Mission wiederholen, den Button, der hat vorher nicht funktioniert. Okay. Ah, und das ist der wichtigste Teil. Hey, das ist der Satz. Der Satz war, auf den ich gewartet habe, ehrlich gesagt. Er hat gesagt, sofern wir es eben nicht schaffen, eine Host-Immigration hinzukriegen, was ja Failed Host-Immigration darstellt, dann kriegen wir trotzdem die Rewards. Weil hier steht nämlich eben genau das, was gefixt worden ist. Dass wir eben, falls das nicht hingehabt, und wir aufs Schiff gelandet, eben, dass er trotzdem Loot kriegt. Soll jetzt funktionieren. Wie gesagt, diesen Punkt kann ich noch nicht bestätigen, leider. Weil mir ist es noch nicht passiert. Weil, wie ich ja schon meinte, gerade weil mir das so oft passiert ist, habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich immer als Host in die Mission. Also, ne, das heißt bei uns, wenn ich halt nicht Host war, gehe ich sofort wieder raus. Um das zu verhindern. Aber jetzt, wenn das jetzt gehen soll, wäre das das Beste seit geschnittenem Boot. Hier sehen wir unten drunter schon direkt, äh, Cora übrigens, Changes, Viewers, FX und Visuals. Okay, da hat es schon ein bisschen mehr getan. Und eben, The Whip Claw hat jetzt mehr umgekriegt an Sound. Okay, okay. Und Additional FX, wenn wir eben Gegner schlagen, die in Snare sind. Okay, okay. FX generell für in Snare. Und dann noch ein paar, die Maske, dass sie besser passt, scheinbar zum Body-Frage-Zeichen. Vor allem, wenn, ach ja, wenn die Pixelate, also wenn man jetzt mal mit niedriger Auflösung das Spiel spielt. Beim Ernst. Spielt jemand dieses Spiel in schlechter Auflösung absichtlich? Also, dass es pixeliger aussieht? Ich meine, natürlich gibt es noch ältere Rechner, ist mir schon klar. Aber ich meine, freiwillig? Ich meine, so viel Leistung braucht Wortform auch schon wertig. Egal, gehen wir mal schnell noch weiter. Hier unten haben wir noch einen kleinen Teil von anderen Fixen, die stattgefunden haben. Mal gucken, ob ein Wichtiges dabei ist. Oh, das ist natürlich beschiss, das hier. Und zwar, wenn ihr mit Mirage rumlauft und The Hall of Mirrors anschmeißt, also eure Schattenklone, also Schattenklone, eure Spiegelbilder oben euch herum bastelt, dann, wenn die was killen, hat das für nichts gezählt. Das ist ja mal Dreck. Aber das haben wir jetzt gefixt. Ja, und das bei der Lokalisierung ein paar Sachen gefehlt haben. Aber sonst so? Ein bisschen Lichteffekte. Naja, okay. Läuft. Nächster Hotfix. Und wieder so ein sehr kurzer Hotfix, nämlich 22.18.6. Wie wir schon sehen, wir reden mal wieder nur von Sanctuary Onslaught Changes and Fixes. Und hier haben sie schon erst mal dabei getan. Meg Reneers, Corpus und infizierte Gegner, die wir jetzt im Onslaught-Modus kriegen. Das ist vielleicht schon mal eine gute Idee. Dann wurde hier noch von dem Void-Tileset, also von der Void-Optik, sag ich mal, von der Level, wurden auch da noch ein paar Sachen komplett überarbeitet, dass die Gegner auch ein bisschen besser spawnen und vernünftiger rumlaufen können. Okay. Witzigerweise steht jetzt hier nicht drin, dass sie irgendwas komplett überarbeitet haben, interessanterweise. Ich meine, Overhauled ist jetzt wirklich nur für das Tileset-Bestandard gerade. Okay, man konnte angeblich nichts mehr machen, wenn man versucht hat, den Onslaught-Modus zu betreten mit dem Warframe weniger als 30. Okay, der Glaube sollte einfach nur eine Fehlermeldung kommen. Die kam scheinbar nicht. Und die haben sie noch was überarbeitet, gerade nämlich mit dem, wenn man das Tor betritt, um den nächsten Zutaten zu betreten, in den letzten 5 Sekunden, weil da würde dann nämlich automatisch schon langsam das Spiel anfangen, dass den Bildschirm sozusagen zum Weiß hin zu verändern. Und da war ja jetzt auch schon mal Probleme gegeben, haben sie auch gefixt. Okay. So, und dann kommen wir zu Hotfix. 22, 18, 7. Und ja, das ist die Version, womit wir auch gerade im Spiel unterwegs mit sind. Sofern nicht, sobald ich das Video raufgeladen habe, nicht schon wieder ein neuer Hotfix kommt. Aber ja, das ist momentan, das wird mal aufspielen. Und hier der erste Satz finde ich schon sehr schön, nach dem Motto, dass ja diverse Änderungen an Core jetzt diese Woche ja stattfinden sollten, womöglich schon morgen. Dieser Post kam mir doch von, ich komme mal kurz ein bisschen hoch, Spoiler, vom Mittwoch. Hm, das hat mir denn morgen wohl nicht ganz hingehauen. Jetzt haben wir nämlich, haben wir schon Freitag. Aber wie du mir auch sagst, hier wird nochmal drauf hingewiesen, die übrigens Core-geplante Änderung, wo übrigens sich fast gar nichts großartig geändert hat, muss man fairerweise dazu sagen. Obwohl sie den letzten Teil noch extra beigeschrieben haben, hier kommen bald die Sachen noch hin, die wir noch vorhaben zu ändern. Aber da steht noch nichts Neues. Deswegen ist das, so wie ich im Video vorher schon beschrieben hatte, ist immer noch alles genau gleich. So, gehen wir weiter hier unten hin, nämlich wieder The Onslaught, Sanctuary, Balanced Changes. Hm, Balanced Changes hört sich gefährlich an. Momentan ist nämlich die Version, die wir auch, die ich jetzt momentan auch öfter mal gespielt habe, muss ich sagen. Das ist jetzt vom Gefühl her natürlich anders, als die Vorgänger-Version, die wir bis jetzt von dem Onslaught-Modus hatten. Elite wohlgemerkt. Ähm, aber trotzdem fände ich es jetzt okay. Man braucht zwar am Anfang ein bisschen, aber lass uns, lad mir das mal hier durchlesen, dann erklärt sich das gleich einfacher, was ich hier sagen möchte. Und zwar, ähm, die Spieler, den Spielern ist aufgefallen übrigens, äh, als auch die Daten, die sie schon mal vorliegen hatten, haben es bestätigt, dass das Level-Scaling kaputt war. Habe ich mir direkt gedacht, irgendein Stück weit. Und dementsprechend haben sie scheinbar noch ein bisschen was dran getan. Und dann geht's los, natürlich mit dem Elite-Modus, den ich ja auch immer spiele, deswegen ist er der Erfahrungsbereich, den ich nur da wiedergeben kann. Äh, vorher war es ja so ein bisschen, wie Sie schon meinten, es wäre ja auch ein bisschen broken gewesen. Und jetzt sieht's so aus, wirklich in der ersten Zone haben wir Gegner von Stufe 60 bis 70. Und, äh, ungefähr, wenn wir die Zone 15 betreten, haben wir die Durchschnittslevel eben von 150 nach 180. Mhm. Was übrigens auch noch gerne in dem Zusammenhang war, anstatt, dass es jetzt übrigens dieses Level-Scaling von, von eben, von Zone 1 nach 15, äh, nach 15 oder nach 10, muss man ja sagen, wie hier steht, nach 10 halt vonstatten gegangen. Das heißt, pro Zone, die wir gewechselt haben, haben wir mal gute, Pi mal Daumen, 11 Level mehr gehabt, damit wir eben von 70 zu 180, Pi mal Daumen können. Das haben die jetzt aber erinnert, das ist jetzt wirklich, dieser Level-Aufstieg geht jetzt wirklich von, äh, Zone 1 bis 15. Das heißt, wir haben 5 Zonen mehr Zeit, sozusagen, dass wir die Maximalstufe erreichen, was vielleicht nicht unbedingt verkehrt ist, weil, man hat sozusagen die Schritte der, der Steigerung der Schwierigkeitsgrade so ein bisschen deutlich gemerkt, vielleicht ein bisschen zu deutlich, naja, jetzt haben sie damit schon mal ein bisschen behoben, so wie das aussieht, dann haben, äh, auf Elite-Modus, es gab noch einen extra Damage-Multiplier für manche Gegner. Mhm, auf höheren Stufen natürlich. Und da sag ich mir ein bisschen wie, ja, das hab ich gemerkt. Deswegen ist auch Inneros irgendwann tot umgefahren plötzlich. Ich so, wait, what? Inneros, was ist da los? Du hast so'n so'n tausend Lebenspunkte, was passiert? Und, ja, jetzt bin ich mir langsam klar, warum, weil wenn die extra Schaden machen können aus irgendwelchen Gründen, dann ist mir klar, warum das passiert. Und gerade auch bei den Zonen zwischen 10 bis 20, wo, wie auch immer es da aussehen soll, weil da war ich noch nicht hingekommen, ähm, zumindest 20 nicht, äh, und zwar haben sie gemeint, dass dann die Energie, die da abgezogen wird von der, von der Übersicht, die Effizienzenergie, dass die immer schnell, also diese Prozentanzeige, dass die immer schneller auch runter geht. Deswegen, ich hab mich immer gewundert, ich weiß nicht, welche, welche Zone es war, kann 15 gewesen sein vielleicht, da kamen wir rein, ich wollte, ich wollte gerade ausröben, schlagen, und dann hieß es direkt, du bist fertig, und ich so, what, wieso, ich hab noch 7% Zeit gehabt, oder sowas in der Art. Also ich ging auf einmal so, wupp, und dann war das weg. Extrem, sag ich nur, aber hey, macht vielleicht Sinn, macht vielleicht Sinn, weil, wie gesagt, die Idee ist ja hier hinter, dass wir es eben nicht schaffen sollen. Das muss man ja, muss man ja dabei mal sagen. Die Idee ist ja schon, dass man eben nicht dort wie durch einen Park marschiert und sagt dann, ah, ist ja ganz einfach, sondern im Endeffekt, dass es so, irgendwann vielleicht so schwierig wird, dass man irgendwann rausgekegelt wird, aber hey, man kriegt ja trotzdem seine Belohnung. Deswegen ist es in dem Zusammenhang egal. Ich meine, wenn alles funktioniert, kriegt man jetzt seine Belohnung, aber die Idee ist ja schon mal nicht verkehrt. Und auch, was hier steht, ab, oder nach, sozusagen der Zone 15, kriegt man auch keine, die Efficiency Stimulance, also diese kleinen Dinger, die er aufsammelt, um eben die Prozentzahl wieder oben zu pushen, gibt es nicht mehr, ab Zone 15. Auch das wird die Sache nicht einfacher machen, würde ich mal. trocken sagen. Und dann hier unten seht ihr es schon, am besten wir gucken uns das, ich scroll gleich mal ein bisschen runter, aber hier, der erste wichtige Satz ist schon, es hat sich mir wieder was am Loot getan, für den Sanctuary Onslaut Modus. Mhm. Und was hat sich jetzt genau getan? R.A., wenn man auf Elite spielt, wo ich ja immer rumtingeltangle, dann gibt es dort keine Cora-Teile mehr, was ich gut finde. Weil, ich meine, im Ernst, wenn ihr den Standard-Modus spielt, macht es Sinn, da die Cora-Teile zu kriegen, ne, macht Sinn. Und wenn ihr auf Elite spielt, nochmal mal ernst, da will man wahrscheinlich Cora nicht unbedingt extra nochmal farben, weil das ist mir so, ja, Moment, wofür? Deswegen haben sie die komplett rausgekickt, alle Teile, und haben sie durch Axi-Relikte ausgetauscht. Daumen hoch. Jetzt gehören wir ein bisschen runter, was es nämlich jetzt genau getan hat. Rotation A, aber 400 Endo, diverse, wunderbare Relikte, eben auch, immer noch Radiant, also maximale Stufe. Dann kriegt man auch schon mal die schönen Lato-Vandal-Receiver, den ich immer noch brauche. Kuva Fortress, diese Zähne, zum Fotografieren, im Captura-Modus. Oder eben diese, was, Lua, Balcony-Szene, also auch wieder zum, also vom Mond, so eine Szene zum Fotoschießen. Und noch andere, eben bei jeweiligen Relikte. Wunderbärchen, ich sehe gerade nur nicht, wo ist das? Hatten die nicht gesagt, was von Axi, weil auch beim ersten müsste es auch jetzt irgendwo ein Axi-Ding sein oder nicht? Moment mal, kurz gucken. Axi-Radiant-Dinger. Hm. 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 Aber wieso, wieso, ich bin gerade blind, oder? Ich sehe hier kein Axi und ich meine noch, waren nicht bei jedem, waren nicht bei jeder Rotation so Teile von Cora dabei? Oder vertue ich mich jetzt gerade vorkommen? Gehen wir schon weiter zu Rotation B. Ja, die Synthetic Eidling-Chart, falls einer die kriegen sollte, die Dropshank ist auf Deutsch erhöht worden, das sind halt 5000 Fokuspunkte. Jetzt nicht unbedingt toll, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da nehme ich tatsächlich jedes Relikt, bevor ich so eine zammelige Schadkriege, es sei denn natürlich, man ist jetzt wahnsinnig fokussiert auf, fokussiert, fokussiert auf Fokus, aber ansonsten würde ich lieber so Bratton-Vandal-Klamotten kriegen oder Lato-Vandal-Blueprints, aber die habe ich schon tatsächlich, aber ja, aber auch hier, da ist aber noch kein Axi, Moment, da habe ich mich so verlesen gerade. Hier steht, Cora, Cora Blueprints has been removed from Elite Rewards and replaced with Radiant Axi Relics. Ja, ja, ich lese doch gerade die Drop, da ist aber kein Axi, mhm, egal, Rotation C. Ja, ich meine, 750 Ende auf einen Schlag, mhm, und dann geht es halt los mit Radiant Relikten, natürlich Brattonteile, genau, die Lato-Vandal-Barrell, die muss ich natürlich auch noch irgendwann kriegen, die Peculiar-Mods, dieses, damit wir eben Blumen bei Critz produzieren können, ja, die kriegen wir immer noch raus, und hier ist jetzt, ah, hier sind die Axi-Dinger alle bei. Okay, okay, okay. Hatten die dann zwischendurch wirklich alle Cora-Teile in einer einzigen Rotation drin? Auf Normal sieht das aber verteilter aus, meine ich mich sehr zu erinnern. Na, okay. Sei es mal, wie ich es will. So, mal ganz im Satz weiter runtergescrollt. Okay, ihr könnt jetzt tatsächlich auch in den Onslaught-Modus gehen, wenn ihr noch nicht mit eurem Warframe-Level 30 seid. Diese Einschränkung bezieht sich jetzt aus schließlich nur noch auf den Elite-Onslaught-Modus. Mhm. Der macht Sinn, muss ich sagen. Also, mal ernst, Level-Warframe mitzunehmen zum Elite-Modus, ich weiß, man steigt super schnell Level, aber, ich meine, das habe ich bei Waffen gesehen, die gelevelt sind wie bescheuert, aber ich meine, jetzt den Warframe-Exter-Level, ist vielleicht nicht unbedingt gelbe vom Ei. Es gibt auch eine 20%-Chance, dass wir zufällige, ich sag mal, Unannehmlichkeiten an Level kriegen, zum Beispiel Eisfelder auf dem Boden oder eben so Magnetfelder oder Brandfelder oder all so ein Scheiß. Ja, sowas kann jetzt eine 20%-Chance, dass ein Random-Effekt dort eben aufschlägt. Und hier haben sie es wieder rückgängig gemacht, dass mehr Greniers und mehr Korpus und mehr Infestet rumspringen in jeweiligen Missionen, weil sie das vielleicht noch ein bisschen lieber testen wollen erst. Ist vielleicht eine gute Idee, alles in allem gesehen. Gut, haben die Probleme mit Wegfindung gehabt, dass wir keine Container mehr haben in den Missionen, das muss auch nicht unbedingt sein. Fragezeichen, brauchen wir die für irgendwas? Nee, die können ruhig weg. Also im Void-On-Slot-Teil sind zumindest die Container weg. Aber man kriegt jetzt auch einen Hinweis, dass man eine Quest noch nicht geschafft hätte. Sollte man eben reingehen und man ist Level 30, falls einer da reinmarschiert und die Quest nicht hat, sagt er, ey, du musst eine Quest machen, geh mal los. So, macht Sinn, macht Sinn. Generell, so Hinweise, was man braucht, um was zu schaffen, im Spiel zu haben, ist nicht verkehrt. Weil, beim Ernst, Spieler, die neu sind, können unmöglich wissen, welche Quests sie für manche Sachen brauchen. Deswegen sollte man unbedingt den vorher auch mal, zumindest durch eine Fehlermeldung angegeben haben, zu sagen, ey, du brauchst übrigens das noch. Und dann sagt man, oh, anstatt nur zu sagen, geht nicht. Dann wieder, Sanctuary-On-Slot-Fixes. Wie was, wenn man da reingeht, dann kann das abstürzen. Die, 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 die abstürzen bei der Mission. Ich, ich weiß es ja auch nicht. Ich weiß es ja auch nicht. Ich hab noch nie, könnt ihr euch erinnern, dass wir irgendwann einen Missionstyp hatten, der wahnsinnig oft, wirklich, wirklich oft abgestürzt ist ständig. Ich mein, derart oft, ich mein, das hört sich schon wirklich arg krass an diesmal. Vielleicht, wenn man so oft die Zone wechselt, hat es vielleicht damit was zu tun? Ich weiß es nicht. Vielleicht wegen, weil im Hintergrund vielleicht schon die eine Level geladen wird, die neue? Hm, who knows. Okay, man ist nicht wirklich unbesiegbar gewesen, wenn man mit seinem Operator durch das Tor gejumpt ist. Wobei, ähm, da hab ich auch festgestellt, was ich schon mal geschafft hatte, ist, ich bin als Operator durchgesprungen und hatte meine ganzen Buffs von dem Warframe noch und seine Energie. Ich glaub, das ist aber auch eine Sache, die schon gefixt worden ist, freie Zeichen. Wow, was, das war wirklich ein Buff im Spiel? Oh, ihr Teile, das ist ja völlig krank. Halt euch mal grad fest, Wukongs Primal Fury hatte die Option, also nicht die Option, hatte quasi die Nahkampfreichweite von allen Nahkampfwaffen erhöht und nicht nur von seinem Iron Staff. Wow. Ich stell mir das grad vor, dass man Bonusreichweite für alle Nahkampfwaffen grad kriegt, die eh schon super hohe Reichweite hat und sagt dann, ja, ich hau jetzt den ganzen Raum in einem Schlag. Grad mit der Peitsche stell ich mir das grad sehr extrem vor, so einmal im Kreis ich drehe und die ganze Level wird ungenlatscht davon, fände ich toll, aber naja. Dann hier eine Endung, die ich tatsächlich mal begrüße und zwar die Quilts, also der Onko, der Kollege in Cetus, verkauft uns tatsächlich jetzt Cetus Wisps. Wisps, ja, die Teile, die ich unbedingt auch mal brauche, um irgendwas zu bauen, leider, und die verkauft jetzt gegen Standing Punkte. Hm, das ist mal echt nicht verkehrt. Also macht's wirklich jetzt für mich vermehrt wieder Sinn, dass ich wirklich mal wieder langsam vermehrt mal die Eidlings angucke. Ja, ich muss wirklich noch mehr Eidlings jagen. Okay, und das ist ein Maximum nur noch von vier Mine Ospreys können nur noch auf einmal spawnen. Ich glaub, die Mine, die Mine Ospreys waren, glaub ich, die, die diese großen, gelben Minenkugeln immer auf den Boden schmeißen. Weil in ein paar Leveln hab ich mal gesehen, da waren so viele, egal wer da reingelaufen ist, in diesen Haufen von gelben Bällen, der war sofort tot. Weil da war so viele, von denen auf einen Schlag waren. Das war wie so eine Art, so eine Art, ja, Bienenschwarm, die Mine unter sich geschmissen haben. Also war einfach eine Katastrophe. War aber völlig, vor allem war das, das Spiel blieb kurz auch so, selbst bei meinem Rechte sogar stehen, weil das einfach zu viel war. Muss ja nicht sein. So, haben wir noch was Wichtiges an Fixen sonst hier? Lass mal kurz drüber fliegen. Okay, da gab's schon mal bei The Second Dream Quest Reihe kleinere Performance Probleme und Crashes. Das muss man wirklich nicht sein. Oh, toll. Wenn man den Split Dark Sword benutzt hat und einen Host Migration gehabt hat, dann konnte man den ganzen Affinity und Focus verlieren. Naja, das ist ja super. So, bei den normalen Fixen hab ich jetzt sonst nichts mehr großartiges gesehen, außer, dass man bei Conclave witzigerweise den Venari-Slot sozusagen anklicken konnte, obwohl man noch nicht Korra ausgerüstet hatte. Und das hat dann sofort zum Crash geführt, wenn man halt die Katze editieren wollte. Sag ich mal so ein bisschen wie, ja, das Vieh sollte nicht zu sehen sein, wenn man Korra nicht da hat. Aber schön, dass das auch gefixt worden ist. Und damit wär man jetzt auch am Ende dessen hier. Und jetzt wollte ich ja, wie ich, weil ich das schon gesagt hatte, am Ende ganz kurz einen Blick drauf schmeißen. Sanctionary Onslot Regeln. Ja. So, und das wären nämlich die Sanctionary Onslot Regeln, die es momentan im Spiel gibt. Und man sollte wirklich mal kurz einen Blick drauf geschmissen haben, weil da so ein paar Sachen, ich meine, die sind klar, wenn man es versucht im Spiel, aber mal so aufgeschrieben bekommen zu kriegen, so um vorgehalten zu bekommen, ist vielleicht nicht verkehrt. Zum Beispiel, dass wir das Gearwheel und Spectas nicht benutzen können und Emots auch nicht. Die Sachen sind alle aus. Alles, was ihr irgendwie noch extra aktivieren könnt, so wie so Energiepellets auf den Boden sparen, so was. Nope, nope, nope. Spectas beschwören, nein, geht alles nicht. Hab ich mir nicht nur fast gedacht, sondern ich hab's auch gemerkt, weil ich das Gearwheel nämlich einmal anschmeißen wollte, weil ich keine Energie hatte und ich so, oh, ich kann das gar nicht benutzen. Dass die ganzen Gegner, die ihr da habt, Ressourcen macht Sinn, dass jedes Mal, wenn ihr in der Zone wechselt, alles auf den Ausgangswert zurückgesetzt werden sollte, sei es nur Combo-Multiplier, Warframe-Fähigkeiten und Munition, also dass die wieder auf 100% gesetzt wird in dem Falle. Und jedes Mal, wenn wir, schauen wir mal, die Zone wechseln, Data Conduit, dann würden wir von Nydas Mutationstecks verlieren und von Atlas kriegen wir auch dieses Rubble, würde dann entfernt werden, ein bisschen. Wobei, ich hab am Anfang, wo ich aber einmal, gerade ganz ursprünglich, ich hab ich mit Nydas mal probiert zu spielen, und ich hab damals ständig Mutationstecks voll und auch wenn ich jetzt nicht irgendwas mit interagiert habe oder sonst was getan habe, fand ich ein bisschen seltsam, aber ich hab's auch nicht mehr weiter probiert. Und dann jetzt eine Sache, die natürlich sehr interessant ist für Leute, die eben Fokus gerne in diesen Missionen sammeln wollen, so wie ich zum Beispiel, diese gelben Konvergenz-Orbs, diese gelben Kugeln, die wir auch sammeln, damit wir eben für die nächsten 45 Sekunden gesammelte Erfahrungen eben Bonus an Fokus eben dafür kriegen. Normalerweise sieht's so aus, dass wir 8-fach die Erfahrung daraus kriegen, als Fokus angerechnet bekommen. Hier in dem Modus sind es nicht 8-fach, sondern 16-fach von den normalen Erfahrungen, die wir kriegen, wenn wir das Fokus angerechnet, was ziemlich fett ist. Dann steht hier auch nochmal der kleine Hinweis, von wegen, ja, wir haben da 20% Chance, aber zufällige Ereignisse haben wir eben ja in Hotfix schon gelesen, und dass die Leaderboards A, dass man es einsehen kann jeweils und vor allem, dass sie jede Woche gelöscht werden auch, was natürlich ein bisschen doof ist, wenn man eine Woche nicht spielt, dann ist man natürlich nicht mehr auf der Liste drauf, ist ein bisschen Käse, finde ich. Ich hätte gerne so was gehabt wie, oh, du hast es damals bis dahin geschafft, aber dann bis dahin, aber auf der anderen Seite wiederum, so wie momentan rumgepatcht wird an der ganzen Geschichte, ist die ganze Sache mit den Leaderboards eh in meinen Augen hinfällig. Ich meine, wenn es nicht jede Woche resettet werden würde, würden Leute danach mit ihren Abermillionen Zahlen stehen bleiben, wo man sie vielleicht physisch gar nicht mehr erreichen kann unbedingt im Spiel, wäre da auch irgendwie uncool, deswegen, naja gut, von mir aus, dann wird sie eben jede Woche resettet. So, und soviel zu den Regeln, die momentan auch für den Sanctuary Modus halt existieren, gerade Elite Modus ist für mich jetzt natürlich sehr relevant und hier unten stehen noch ein paar andere Klamotten noch drunter, was spezifisch ist noch für den Elite Modus und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter und hier stehen eigentlich schon die ganzen Änderungen drin, die eben mit Hotfix auch drin unterstattet, am besten ich verlinke das auch immer noch unten drunter in unseres Video und dann sage ich schon mal wie immer, danke fürs Beistand zuhören, das war's von Mika3 und ja, wir sehen uns dann, wenn ihr mögt, bald wieder, wenn ich die Zusammenfassung eben vom Devstream dann auch zusammengeschnippelt für euch habe, der ja gleich oder bald anfängt und ja, ja, mal gucken, was ich demnächst noch alles anfange, weil es gibt ja noch genug Sachen, worüber ich eigentlich Videos machen wollte hier und guck mal vor allem, was dabei, was zuerst kommt, ja, bis die Tage und jetzt schau.